Wir fangen endlich mit einer von euch lang ersehnten neuen Videoreihe an, nämlich dem Strafrecht BT und heute schauen wir uns den Mord nach § 211 StGB an und zunächst einmal das Schema hier von § 211 StGB, wir brauchen einen Erfolg, dann brauchen wir eine Handlung, die muss kausal sein und objektiv zurechenbar sein, also das hier sind die Voraussetzungen vom Totschlag, vom § 212 StGB, aber hinzukommen müssen noch Mordmerkmale und hier gibt es einmal die tatbezogenen Mordmerkmale, die im objektiven Tatbestand zu prüfen sind und einmal die täterbezogenen Mordmerkmale, die im subjektiven Tatbestand zu prüfen sind. Der § 211 StGB ist so aufgebaut, dass im Absatz 1 erstmal die, ja die Freiheitsstrafe genannt wird und dann im Absatz 2 gibt es drei Gruppen und hier könnt ihr euch SOS merken, weil die erste Gruppe sind subjektive bzw. täterbezogene Mordmerkmale, die zweite Gruppe sind objektive Mordmerkmale und die dritte Gruppe sind wieder täterbezogene Mordmerkmale, also solche, die im subjektiven Tatbestand zu prüfen sind. Genau, immer eine komplizierte Frage ist, wie zitiert man den § 211 StGB in der Klausur und ja, also ich würde tatsächlich einfach nur § 211 StGB, also T könnte sich wegen Mordes nach § 211 StGB strafbar gemacht haben, indem ja der O in den Kopf schoss. Irgendwie sowas könntet ihr schreiben. Also so würde ich das schreiben. Ihr könnt aber natürlich auch § 211 Gruppe 2 Variante 1 StGB schreiben. Für den Heimtücke ist es glaube ich, ja genau, für den Heimtücke-Mord. Allerdings wird es dann bei mehreren Mordmerkmalen ziemlich unübersichtlich. Also wenn ihr dann schreibt Gruppe 1 Variante 2,4 und dann Gruppe 2 Variante 2,3 und Gruppe 3, also das finde ich ziemlich unübersichtlich. Was ich auch schon mal ein paar Mal gemacht habe, ist einfach in Klammern dann Heimtücke oder so zu schreiben. Aber im Zweifel einfach nur § 211 StGB schreiben und man sieht ja dann, was ihr für Mordmerkmale prüft. Gut, hier die Übersicht der Mordmerkmale und hier wollte ich einfach mal ein paar Mordmerkmale hervorheben, die ganz besonders prüfungsrelevant sind. Nämlich einmal die Heimtücke, dann der Habgiermord, dann die sonstigen niedrigen Beweggründe und zum Schluss das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht. Das könnt ihr hier auch nochmal sehen, nämlich die sonstigen niedrigen Beweggründe und die Heimtücke und die Verdeckungsabsicht, das sind wirklich diejenigen Mordmerkmale, die den Großteil, zumindest hier der Klausuren in NRW zwischen 2015 und 2019 ausgemacht haben. Hier seht ihr auch, dass die Straftaten gegen das Leben von insgesamt 46 ausgewerteten Klausuren insgesamt die Hälfte, also 23, ausmachten. Das heißt, diese hier sind wirklich prüfungsrelevant, also ohne Zweifel. Gut, kommen wir zum ersten und wirklich unwichtigsten Mordmerkmal, der Mordlust. Und die Mordlust ist die Tötung aus Freude an der Vernichtung menschlichen Lebens. Diese Definition müsst ihr natürlich nicht können. Ja, also müsst ihr nicht können. Hier ist kein roter Kasten drum, könnt ihr meiner Meinung nach einfach weglassen. Gut, genau, wenn man aus Neugierde, Langeweile, Angeberei tötet, dann fällt das unter die Mordlust möglicherweise. Gut, dann Befriedigung des Geschlechtstriebs. Das ist, ja, also jedenfalls relevanter als die Mordlust, wer das Töten unmittelbar oder zumindest mittelbar zur eigenen geschlechtlichen Befriedigung nutzt. Auch hier wieder kein roter Kasten müsst ihr meiner Meinung nach nicht auswendig lernen. Hier solltet ihr aber mal das Folgende gehört haben. Erstens, die sexuelle Befriedigung durch die Tötungshandlung. Das ist der sogenannte Lustmord. Okay, also wenn mir das Töten ja so viel Spaß bereitet, so viel sexuelle Befriedigung. Okay. Zweiter Punkt, sexuelle Befriedigung an der Leiche. Also sie ist tot, das Opfer ist tot und danach befriedigt sich der Täter sexuell an der Leiche. Das ist auch erfüllt. Dritter Fall, der A will die O vergewaltigen. Diese wehrt sich stark. A hat seine Hand an ihrem Hals und legt sich auf ihr. Dadurch erwürgt er sie. Auch hier ist das Mordmerkmal zu bejahen. Und ja, hier ist man sozusagen im Prozess der Vergewaltigung. Auch hier ist ja das Mordmerkmal gegeben. Und der vierte Fall ist der folgende. Das Mordmerkmal zur Befriedigung des Geschlechtstriebs liegt auch dann vor, wenn der Täter diese Befriedigung erst bei späterer Betrachtung der Bildtonaufzeichnung vom Tötungsakt und dem Umgang mit der Leiche finden will. Also hier hatte der Täter irgendwie jemanden getötet. Das hat er aufgenommen. Und danach hat er dazu masturbiert. Und hat auch noch irgendwie das Fleisch von dem Opfer gegessen. Also so Kannibale. Also ganz komischer Typ. Ja, auch das ist hier Befriedigung des Geschlechtstriebs plus. Gut. Jetzt die Habgier. Und ihr seht schon den roten Kasten. Diese Definition müsst ihr können. Nämlich das ungezügelte und rücksichtslose Streben nach Gewinn um jeden Preis. Das ist Habgier. Und hier ein kleines oder ein Klassikerbeispiel. Der Auftragskiller T erhält einen Auftrag von dem Mann M, die Frau F umzubringen. M überweist hierfür 50.000 Euro an T. T tötet F. Hier ganz klar. Der T, der Auftragskiller tötet das Opfer, um seinen Auftrag zu erfüllen und hat dadurch 50.000 Euro bekommen. Ein wirklich Klassikerproblem, das müsst ihr kennen, ist das folgende. Fällt die Vermeidung von Geldabflüssen unter das Mordmerkmal? Und hier sagt einer Ansicht, nein, Habgier, das setzt ein Streben nach mehr voraus. Und die Vermeidung von Vermögensnachteilen, die fällt nicht darunter. Also beispielsweise, wenn der Vater seine Tochter, seine vierjährige Tochter tötet, um Ausgaben für Essen und Trinken und so weiter, was ein Kind alles kostet, um das zu sparen, fällt das unter die Habgier. Und diese Ansicht sagt jetzt nein. Und führt an, hier steht ja Habgier. Und Gier bedeutet ein Streben nach einem Mehr von Gütern. So diese Ansicht allerdings, ja, und sie führt auch noch an, dass die Mordmerkmale restriktiv zu handhaben sind. Okay, die herrschende Meinung sagt aber, nein. Das ist vollkommen egal, ob man mehr bekommt oder ob man ein Minus vermeidet. Weil beides ist ja wirtschaftlich vorteilhaft. Ob ich 100 Euro mehr verdiene oder eine Ausgabe von 100 Euro vermeide, das ist ja in beiden Fällen ist das wirtschaftlich vorteilhaft. Und deswegen fällt auch die Vermeidung von Geldabflüssen unter das Mordmerkmal der Habgier. Was für die Bejahung des Habgier-Mordmerkmals nicht reicht, das ist die Tötung zur Durchsetzung rechtmäßiger Ansprüche. Also wenn beispielsweise jemand einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung hat und der andere, der steht vor dem, aber zahlt einfach nicht, hat keine Lust und wenn der jetzt getötet wird, um dann an sein Portemonnaie zu kommen, dann ist das keine Habgier, sondern lediglich eine Tötung zur Durchsetzung rechtmäßiger Ansprüche. Wir schauen uns am Ende dieses Videos auch noch einen Beispielfall dazu an. Okay, dann kommen wir zu den niedrigen Beweggründen. Und hier solltet ihr auch diese Definition kennen, nämlich niedrig ist ein Beweggrund dann, wenn er nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe steht und in keinster Weise menschlich begreifbar ist. Dieses Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe ist wirklich das Mordmerkmal, wo ihr argumentieren müsst. Also hier müsst ihr wirklich viel argumentieren und ihr müsst eine Gesamtabwägung der Umstände machen und dann halt schauen, ist das nach allgemeiner sittlicher Wertung hier auf tiefster Stufe und in keinster Weise mehr menschlich begreifbar. Hier bei den niedrigen Beweggründen und eigentlich immer in Jura bietet es sich an, wenn ihr bei einem Schwerpunkt der Klausur seid, einen Prüfmaßstab zu bilden. Das gilt jetzt nicht so wirklich im Strafrecht, würde ich sagen eher im zivilen und öffentlichen Recht. Auch im Strafrecht gilt das. Das Problem ist nur, ja, ihr habt nicht so viel Zeit in der Strafrechtklausur. Dementsprechend ist es häufig schwierig, einen Prüfmaßstab zu bilden. Allerdings hier könnt ihr das ziemlich einfach machen. Nämlich könnt ihr sagen, jede Tötung ist verwerflich. Weil 212 StGB, wenn man einen anderen Menschen tötet, dann steht das unter Strafe. Oder gar, und das ist, finde ich, ein super Argument, selbst der 216 StGB stellt ja den Täter unter Strafe. Und das sind ja solche Fälle, wo das Opfer zum Täter sagt, boah, bitte töte mich, bitte, 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 bitte. Und meint das auch wirklich ernst und so und bekräftigt den. Und selbst das steht unter Strafe. Und daran sieht man ja die allgemeine Wertung des Gesetzgebers, dass wirklich jede Tötung verwerflich ist. Das sehen wir ja auch am 34 StGB, wo wir immer gesagt haben, das Leben entzieht sich jeglicher Abwägung. Und genau, egal. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Das ist so der Prüfmaßstab. Und zusätzlich könnt ihr natürlich bei allen Mordmerkmalen erwähnen, dass die Mordmerkmale restriktiv zu handhaben sind. Und dann müsst ihr halt argumentieren. Und ihr müsst ihr den Anlass der Tat berücksichtigen, war das Fremdenfeindlichkeit, Hass, Neid, Wut, Angeberei. Ich hatte zum Beispiel mal in meiner Klausur Fremdenfeindlichkeit und der hat dann ein Haus angezündet oder sowas. Genau, irgendwie so war die Klausur. Und da war auch der versuchte Mord, ja, zu bejahen und zu prüfen und zu bejahen. Und das Mordmerkmal waren die niedrigen Beweggründe. Okay, und hier kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang. Also, das ist wirklich super. T tötet seine Ex-Freundin F, damit sie kein anderer haben kann. Hat sich T hier wegen Totschlags oder wegen Mordes strafbar gemacht? Und in diesem Fall, also das ist ja wirklich kompletter Müll. Also, der T tötet seine Ex-Freundin, damit sie kein anderer haben kann. Was ist denn das für ein, also das ist wirklich in keinster Weise mehr menschlich begreifbar? Hier jetzt das Gegenbeispiel. Der T tötet den neuen Freund seiner Ex-Freundin F, weil er eifersüchtig auf den neuen Freund der F ist. Und in diesem Fall ist das menschlich begreifbar. Das ist noch irgendwie begreifbar. Wir können mit dem T fühlen, sag ich mal, auch wenn das natürlich jetzt hier nicht das richtige Mittel war, sich jemanden zu töten. Ja, also, wir können nachvollziehen, okay, der war eifersüchtig, da dann den neuen Freund zu töten. Ja, ist noch in irgendeiner Weise menschlich begreifbar, auch wenn das Mittel natürlich vollkommen unverhältnismäßig ist. Okay. Okay. Ah ja, hier nochmal eine ganz kurze Anmerkung. Ihr seht hier an der Formulierung vom 211, Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen einen Menschen tötet. Und dieses sonst, ja, das zeigt ja an, dass Habgier, Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, das sind alles Unterfälle von niedrigen Beweggründen. Und deswegen, wenn ihr diesen Auftragskillerfall habt, den ich gerade gezeigt habe, dann hat er zwar, dann bejaht ihr den Mord aus Habgier. In der Klausur prüft ihr dann bei diesem kurzen Sachverhalt aber nicht mehr die niedrigen Beweggründe. Nur, wenn es noch weitere Anhaltspunkte gibt. Also nehmen wir mal an, der Mann sucht einen Auftragskiller, um seine Frau F umzubringen. Und jetzt, ja, bietet er dem Auftragskiller 50.000 Euro. Und der Auftragskiller nimmt an, weil erstens freut er sich über die 50.000 Euro und zweitens freut er sich sowieso, die F zu töten, weil die F ist, ja, Ausländerin. Und dann müsstet ihr in der Klausur natürlich die Habgier einmal prüfen und aber auch noch die sonstigen niedrigen Beweggründe, weil ihr macht ja ein Gutachten. Und daher müsstet ihr dann in der Klausur beides prüfen. Okay. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Aufgrund Tees Alkoholsucht und seinen leeren Versprechungen, diese zu stoppen und sich um einen neuen Arbeitsplatz zu bemühen, möchte sich O nun von ihrem Ehemann T trennen. Sie fordert ihn dazu auf, in seine Heimat Kroatien zurückzukehren und dort eine Alkoholtherapie zu machen. T will dies jedoch nicht wahrhaben. Er versucht nochmals mit ihr zu reden und verfolgt O nach einem vergeblichen Versuch ausgestattet mit einem 21 cm langen Messer auf dem Weg zu ihrer Arbeit. Nach einem abermals fehlgeschlagenen Gesprächsversuch sticht T die zu diesem Zeitpunkt nicht mit einem Angriff rechnende O von hinten nieder. O stirbt infolge der Verletzung. Okay. In diesem Fall, der vor dem BGH war, haben wir zu prüfen. Erfolg ist gegeben. Die O ist gestorben. Wir haben eine Tathandlung. Die Tathandlung war kausal für den Erfolg. Das war auch objektiv zurechenbar. Wir kommen zum ersten Mordmerkmal der Heimtücke. Die möchte ich hier gar nicht so wirklich problematisieren, weil die ist hier gegeben. Ich möchte vielmehr noch auf die sonstigen niedrigen Beweggründe eingehen. Und die sind ja hier beim subjektiven Tatbestand zu prüfen. Und hier hat der BGH gesagt, nein. Der T hat hier, oder das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe, ist hier nicht gegeben, weil das im weitesten Sinne noch menschlich begreiflich ist, dass der T hier wütend auf seine Freundin ist, weil die hat ihn ja verlassen. Und das ist noch irgendwie menschlich begreiflich und restriktive Auslegung der Mordmerkmale. Daher hat der BGH die niedrigen Beweggründe hier verneint. Allerdings hat sich der T natürlich wegen Heimtücke, Mord strafbar gemacht. Okay, dann kommen wir zu der Ermöglichungs- und Verdeckungsabsicht. Und das ist meiner Meinung nach das komplizierteste Mordmerkmal von allen. Also wirklich, hier solltet ihr jetzt aufpassen. Wenn der Täter in der Absicht handelt, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, dann handelt er in Ermöglichungs- oder Verdeckungsabsicht. Okay. Hier haben wir zum einen einen Mord aus Habgier, aber natürlich auch aus Ermöglichungsabsicht, weil hier der O getötet wird, um eine weitere Straftat zu ermöglichen. Okay. Nächstes Beispiel, und das ist auch so tatsächlich in der Realität passiert. Der Polizistenmord in Kusel, könnt ihr mal googeln, ist, äh, ja, traurig. T verdient nebenbei durch den Verkauf von erlegten Tieren Geld. Er besitzt weder eine Waffenerlaubnis, noch hat er eine Erlaubnis für die Jagd auf Tiere. Auch an diesem Tag geht T in den Wald und er schießt zwei Tiere, die er in sein Auto packt. Leider wird er bei einer allgemeinen Polizeikontrolle angehalten. Die 24-jährige Polizeianwärterin und der 29-jährige Polizeikommissar gehen auf das Auto von T zu. T bekommt Panik und holt seine Schrotflinte raus, mit welcher er auf beide Polizisten stirbt und beide sind am Ende gestorben. So der Fall, ein bisschen verkürzt und, ja, in der Realität, da hat der T die, die Polizistin, die Polizistenanwärterin angeschossen und dann hat die irgendwie noch gezappelt oder irgendwie hat er dann noch gemerkt, dass die lebt und hat dann nochmal aus nächster Nähe auf die geschossen. Genau, und da wurde dann die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was dann dazu führt, dass der Mord nach 15 Jahren nicht mehr auf, ja, auf Bewährung kommt er dann nicht mehr frei nach 15 Jahren, sondern, ja, der muss länger als 15 Jahre im Gefängnis sitzen. Okay. Auch hier ziemlich offensichtlich, dass das hier ein Mord ist, weil der T hat hier gehandelt, um eine andere Straftat zu verdenken, nämlich die Straftat der Wilderei. Das ist auch ein Straftatbestand, wenn man irgendwie, ja, es gehört nicht zum Prüfungsstoff, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, aber wenn man, ja, auf Tiere schießt und man darf das nicht, dann erfüllt man wohl den Tatbestand der Wilderei, sage ich jetzt mal. Egal. So, aber übrigens, das ist nochmal wichtig, nämlich hier, die Vorstellung des Täters ist maßgeblich. Selbst wenn wir uns diesen Tatbestand der Wilderei wegdenken würden, also das ist jetzt gar keine Straftat, aber jetzt denkt sich der Täter, oho, diese Ordnungswidrigkeit, das ist eine Straftat, oh mein Gott, wenn die sehen, dass ich auf Tiere geschossen habe, obwohl ich das gar nicht durfte, obwohl ich keine Waffenerlaubnis hatte, obwohl ich keine, ja, keine Erlaubnis hatte, auf die Tiere zu schießen, wenn der Täter denkt, das ist eine Straftat, dann ist hier trotzdem der Mord mit Verdeckungsabsicht zu bejahen, weil die Vorstellung des Täters ist hier maßgeblich. Auch wenn der Täter eine Ordnungswidrigkeit verdeckt hat, ist das Mordmerkmal zu bejahen, wenn der Täter dachte, es handele sich in Wahrheit um eine Straftat. Also beispielsweise, wenn der Täter, ja, 20 kmh zu schnell fährt und, ja, das ist natürlich eine Ordnungswidrigkeit und aus irgendeinem Grund denkt jetzt der Täter, oh mein Gott, das war eine Straftat, dann, ja, jetzt kommt der Polizist und der Täter, er schießt den, dann haben wir trotzdem einen Verdeckungsmord. Aber das muss natürlich im Sachverhalt so stehen, dass der Täter dachte, dass das hier eine Straftat ist. Okay. Und auch hier der zweite Fall. Auch wenn der Täter irrig annimmt, dass eine Vortat gegeben sei, die er verdecken will, so handelt er ebenfalls mit Verdeckungsabsicht, zum Beispiel, wenn die zu verdeckende Tat durch Notwehr gerechtfertigt ist. Also erst haue ich, ja, jemand kommt auf mich zu und versucht mich zu hauen. Ich weiche aus, schlage den ins Gesicht und der fällt auf den Boden. Okay. Und jetzt, ja, laufe ich weg und dann kommt jetzt der Polizist und ich will nicht, dass der Polizist den Bewusstlosen, ja, den ich gerade bewusstlos geschlagen habe, findet und jetzt töte ich den Polizist, dann ist auch das ein Mord in Verdeckungsabsicht, wenn ich angenommen habe, dass ich, ja, dass das, was ich vorher getan habe, nämlich den, ja, den, den ich geschlagen habe, zu schlagen, wenn ich da annehme, dass das eine Straftat war, dann ist das auch ein Verdeckungsmord an dem Polizisten. Die zu verdeckende Vortat kann auch eine Fremde sein. Okay. Also wenn zum Beispiel die Frau F irgendwie was gestohlen hat und sagen wir bei dem O hat sie was gestohlen und der O findet das ja heraus und droht das jetzt offen zu legen oder so und jetzt komme ich und töte jetzt den O in der Absicht natürlich die Vortat von der Frau F zu verdecken, ja, dann haben wir auch wieder einen Verdeckungsmord. Okay. Dann nächster Punkt, wenn die Tat bereits entdeckt wurde, genügt es, wenn der Täter tötet, um die Aufdeckung seiner Täterschaft zu verhindern. Also nochmal ein Beispiel, wir machen das mal ein bisschen klischeehaft, sagen wir, es gibt einen Detektiven, den Sherlock Holmes und der Sherlock Holmes entdeckt die Leiche des O, die ich im Wald vergraben habe und genau und jetzt ist diese Tat entdeckt. Der Sherlock Holmes meldet das auch an die Polizeizentrale und er forscht jetzt weiter im Wald und jetzt kommt er auf einen Fußstapfen mit meiner Schuhgröße und meiner Schuhsohle und ja, jetzt töte ich den Sherlock Holmes, dann ist das natürlich auch ein Mord in Verdeckungsabsicht, weil ich in der Absicht, den Sherlock Holmes getötet habe, meine Täterschaft zu verdecken. Okay. Hier musste ich auch nochmal ganz kurz den ersten Punkt, den habe ich gerade ein bisschen übersprungen. Man braucht natürlich Verdeckungsabsicht, also Absicht bedeutet Dolus Direktus Ersten Grades. Also das Wollenselement steht hier im Vordergrund beim Dolus Direktus Ersten Grades. Genau. Gegenbeispiel aber. Wenn nach der Vorstellung des Täters die Tat bereits aufgedeckt wurde und er denkt, dass seine Täterschaft auch aufgedeckt wurde, dann ist die Verdeckungsabsicht zu verneinen, weil es hier nichts mehr zu verdecken gibt. Wieder mein Beispiel mit dem Sherlock Holmes. Sherlock Holmes hat den Standort der Leiche an die Polizeizentrale gemeldet und sieht ja die Fußstapfen und meldet das auch an die Polizeizentrale oder jedenfalls ich als Täter denke, oho, der hat das schon an die Polizeizentrale gemeldet. Jetzt bin ich ganz wütend auf den und ich denke, ja, jetzt gibt es eh nichts mehr zu verdecken, jetzt kann ich den auch nochmal in den Tod reißen, den Sherlock Holmes, weil der mich so geärgert hat. Dann töte ich den jetzt, dann ist das kein Verdeckungsmord, weil, ja, weil nach meiner Vorstellung war sowohl die Tat als auch die Täterschaft schon aufgedeckt. Okay. So, und jetzt kommen wir zum problematischen Punkt. Es muss eine andere Straftat verdeckt werden. Das steht auch so in 211 StGB drin, Mörder ist, wer um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. So, und jetzt, das ist wirklich super kompliziert und hier kann ich auch jetzt nicht alles dazu sagen, weil, ja, dazu kann man bestimmt eine Doktorarbeit schreiben. Also, es muss eine andere Straftat verdeckt werden. Hier würde ich zunächst einmal feststellen, dass die Mordmerkmale restriktiv auszulegen sind. Das kann man immer schreiben bei den Mordmerkmalen. So, außerdem handelt der Täter natürlich hier selbstbegünstigend. Dies ist normalerweise strafausschließend oder strafmildernd. Hier seht ihr das auch nochmal beim 258 Absatz 5 StGB. Wegen Strafvereitelung wird nicht bestraft, wer durch die Tat zugleich ganz oder zum Teil vereiteln will, dass er selbstbestraft wird. So, und hieran sieht man an dem 258 Absatz 5 und daran, dass die Mordmerkmale nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts restriktiv auszulegen sind, dass wir hier bei der Beurteilung, ob eine andere Straftat vorliegt, da müssen wir, ja, jetzt nicht alles gelten lassen. Also, zum Beispiel hier dieser Fall, keine andere Tat ist die mit einer Tötung notwendigerweise verbundene Körperverletzung. Natürlich nicht. Wenn ich mit einer Axt den Kopf von dem O abschlage, dann habe ich natürlich eine Körperverletzung begangen, aber ich habe natürlich auch einen Mord begangen. Die Körperverletzung ist hier aber natürlich keine andere Straftat, weil das war ja sozusagen in einem Schwung, habe ich das gemacht, da habe ich den Kopf abgetrennt und die, also den Mord und die Körperverletzung begangen. Deswegen, da liegt keine andere Tat bei der, da liegt keine andere Tat vor. Das ist also kein Verdeckungsmord. Deswegen würde ich sagen, und das ist auch wohl gut vertretbar, dass eine zeitliche und sachliche Zäsur erforderlich ist. Jedenfalls eine zeitliche Zäsur. Also, diese zeitliche Zäsur, die würde ich immer beibehalten, diese sachliche Zäsur, die könnt ihr meiner Meinung nach auch weglassen. Ja, andere Ansicht in vielen Fällen der BGH. Okay. Ja, aber diese Ansicht ist gut vertretbar. Auch die herrschende Lehre kritisiert wirklich den BGH, der diese Rechtsprechung aufgegeben hat. Hier seht ihr das mal. Nämlich hier die frühere Rechtsprechung des BGH. Identisch ist die Tat, wenn sich die Vortat ebenfalls gegen Leib oder Leben richtet, gleiche Angriffsrichtung, beide Taten einer unvorgehersehenden Augenblickssituation entspringen, Doppelspontanität oder in einem engen zeitlich-sachlichen Zusammenhang nahtlos ineinander übergehen. Diese Kriterien, also das war die vorherige Rechtsprechung, diese Kriterien hat der BGH allerdings ausdrücklich aufgegeben, dann in einer späteren Entscheidung. Ja, leider, muss ich sagen. Also das ist wirklich, ich finde das hier gut nachvollziehbar, finde ich eine gute Argumentation. Naja, der BGH sagt heute, dass Verdeckungsabsicht eine spezielle Ausprägung der niedrigen Beweggründe ist und deswegen im Rahmen einer umfassenden Gesamtwürdigung in Ausnahmefällen die Verdeckungsabsicht verneint werden kann. Also man muss eine Gesamtwürdigung machen, der BGH bleibt flexibel. Hier möchte ich auch nochmal ganz kurz den Jauchegrubenfall als Beispiel darstellen. Bei dem Jauchegrubenfall, da war es ja so, da haben sich zwei irgendwie gestritten und die eine hat dann, also die Täterin hat dann dem Opfer Sand in den Mund gestopft und das Opfer hat dann das Bewusstsein verloren. Okay, die Täterin ging dann davon aus, dass das Opfer gestorben sei. Also das Opfer ist durch das Sand in den Mund stopfen bewusstlos geworden, ist halt bewusstlos zusammengesackt, lag auf den Boden. Die Täterin ging davon aus, okay, die ist tot und hat sich entfernt. Jetzt kommt die eine Stunde später wieder und nimmt die am Boden liegende, ja, Frau das Opfer und wirft diese in eine Jauchegrube, wo die dann später ertrinkt. Also das Opfer ertrinkt. Und in diesem Fall ist die Verdeckungsabsicht zu verneinen, weil sie hatte hier zwar die Absicht, eine andere Tat zu verdecken, allerdings war das hier keine andere Straftat, weil wir haben hier keine zeitliche Zäsur. Sie hatte zwar dolus directus ersten Grades, weil sie wollte natürlich nicht, dass jemand die vermeidliche Leiche findet, aber das hier ist keine andere Tat gewesen, weil es hier keine zeitliche Zäsur gab und deswegen lag in diesem Jauchegrubenfall kein Mord wegen Verdeckungsabsicht vor. Okay, deswegen finde ich diese zeitliche und sachliche Zäsur, diesen Punkt hier, finde ich sehr gut vertretbar und auch sehr gut in der Klausur, damit kann man sehr gut argumentieren. Dann habt ihr zumindest dieses Problem angesprochen, damit seid ihr schon eigentlich allen voraus und ja, diese ganz genaue Rechtsprechung, die könnt ihr euch anschauen, wenn ihr das machen wollt, dann solltet ihr aber auch mal den ganzen Tag investieren. Okay, okay, jetzt kommt wieder was Kompliziertes, nämlich wie verhält es sich mit dem Vorsatz hinsichtlich des Erfolgs und der Verdeckungsabsicht? Also, der Grundsatz ist der folgende. Es genügt dolus eventuales bezüglich des Erfolgs. Bezüglich der Verdeckungsabsicht brauchen wir dolus directus ersten Grades. Also nochmal erklärt, der Täter muss einfach nur den Erfolg billigend für möglich halten und billigend in Kauf nehmen. Das genügt völlig aus, also okay, dass die stirbt, das kann passieren, das halte ich für möglich. Das ist aber schon, ja, na wenn schon. Okay, das ist hinsichtlich des Erfolgs und bei der Verdeckungsabsicht, da muss er das wirklich verdecken wollen. Also, dolus directus ersten Grades heißt ja willentlich, also das Willenselement steht im Vordergrund. Also, er muss das wirklich durch seine Handlung, möchte er die Vortat verdecken. So, hier jetzt der Grundfall. A, er sticht O, um seine Tat zu verdecken, zündet er das Haus an, in dem die Leiche des O liegt. Dabei nimmt er billigend in Kauf, dass zwei Frauen, die zu dieser Zeit in den oberen Stockwerken des Hauses schlafen, getötet werden. Er hält es für möglich und nimmt billigend in Kauf, darauf, dass diese beiden Frauen sterben. Okay, also hier möchte er, hat er Verdeckungsabsicht hinsichtlich dieser Leiche des O. Er möchte unbedingt, er möchte willentlich diese Vortat, nämlich den Totschlag von O verdecken und dass diese beiden Frauen sterben, nämlich der Erfolg, der Tod dieser Frauen, das nimmt er billigend in Kauf. Das heißt, hier ist ein Verdeckungsmord anzunehmen, wenn diese beiden Frauen jetzt tatsächlich sterben. Okay. Was wir uns aber fragen müssen, ist das folgende. Was braucht der Täter als Mittel zur Verdeckung? Und in diesem Fall brauchte der Täter als Mittel zur Verdeckung einfach nur, dass das Haus brennt, weil wenn das Haus brennt, dann brennt die Leiche und dann, ja, sind die Spuren, DNA-Spuren und sowas, das ist dann alles weg. Das heißt, in diesem Grundfall war das Mittel zur Verdeckung das Verbrennen von DNA-Spuren, das Verbrennen der Leiche. Und hier waren wir bei diesem Fall. Jetzt gibt es aber auch noch einen anderen Fall. Und der sieht wie folgt aus. A ersticht O. Jetzt kommt die F herunter und sagt, Mensch Anton, was machst denn du um diese Uhrzeit hier? Und jetzt holt der A sein Messer wieder raus und drängt die F zurück in das Zimmer und sperrt diese dort ein. Jetzt zündet der A das Haus an und hält es für möglich, dass die F stirbt und nimmt dies billigend in Kauf. Hier haben wir jetzt einen wichtigen Unterschied. Denn das Mittel zur Verdeckung, was braucht der Täter hier als Mittel zur Verdeckung? Das ist jetzt hier das Töten der F. Und wenn er das Töten der F hier nur billigend in Kauf nimmt, ja, dann haben wir keine Verdeckungsabsicht. Das ergibt ja auch Sinn. Die F kennt ihn jetzt. Die F hat gesehen, aha, da lag der O tot oder leblos auf dem Boden. Der A hat den O wohl getötet und ich weiß, wer der A ist. Nämlich das ist der Anton. Das ist der Nachbar von nebenan. So, also die F, die kennt alles. Und das einzige Mittel, was der A jetzt hat, um diese Tat zu verdecken, ist, dass die F stirbt. Und deswegen brauchen wir in diesem Fall entweder dolos directus ersten Grades oder dolos directus zweiten Grades hinsichtlich des Todes der F. Also, hier nochmal erklärt, geht also der Täter davon aus, dass nur durch den Tod des Opfers die erstrebte vor Tatverdeckung erreichbar ist. Können Verdeckungsabsicht und dolos eventuales nicht nebeneinander angenommen werden. Das ist vor allem der Fall, wenn das Opfer den Täter kennt. Dann sind wir hier. Nämlich das Opfer kennt den Täter und hier brauchen wir dann dolos directus ersten oder zweiten Grades bezüglich des Todes der F und dolos directus ersten Grades. Natürlich bezüglich der Verdeckung. Also, er muss das natürlich immer noch verdecken wollen und den Tod der F, da weiß er sicher drum, das wäre zweiten Grades oder den will er dolos directus ersten Grades. Okay. Also, wenn das Opfer den Täter erkennt, dann muss ja der Täter das Opfer notwendigerweise töten, um seine Tat zu verdecken. Und in dieser Konstellation, wo der Tod des Opfers Mittel für die Verdeckung ist, da soll Eventualvorsatz nicht genügen. Das ist also ein komplizierter Fall, wie ich finde. Ich hoffe aber, das ist klar geworden. Letzter Punkt zur Verdeckungsabsicht, hoffe ich zumindest. Auch die Verdeckung außer strafrechtlicher Konsequenzen genügt. Ihr T ist im Vorstand eines DAX-Unternehmens. Leider findet er nie so wirklich eine Partnerin. Daher entscheidet er sich, die Dienstleistung einer Prostituierten in Anspruch zu nehmen. Gesagt, getan. Allerdings bekommt T am nächsten Morgen Panik, dass seine Freunde und Mitarbeiter davon zu hören bekommen. Das würde sein Prestige massiv beeinträchtigen. Daher bringt er die Prostituierte jetzt hier um. Auch hier hat der BGH in irgendwie so einem Fall oder so einem ähnlichen Fall sie den Mord aus Verdeckungsabsicht bejaht. Bejaht, auch wenn das Prestige oder der gute Ruf einer Person, auch wenn das hier ja keine, kein strafrechtlicher Verdeckungszweck ist. Okay. Perfekt. Das war es dann jetzt von den täterbezogenen Mordmerkmalen. Also diese subjektiven Mordmerkmale, die wir alle im subjektiven Tatbestand prüfen. Okay. Damit kommen wir zu den tatbezogenen Mordmerkmalen, also den Mordmerkmalen in der zweiten Gruppe. Und wir fangen an mit dem klausurrelevantesten Mordmerkmal von allen, nämlich der Heimtücke. Und die Heimtücke ist definiert als das bewusste Ausnutzen der Arglosigkeit und der darauf beruhenden Wehrlosigkeit. Zunächst einmal ist mir bei der Heimtücke wichtig, dass ihr den Aufbau versteht und verinnerlicht. Nämlich, wir sind hier bei dem objektiven Tatbestand. Vorher waren wir ja bei den täterbezogenen Mordmerkmalen. Die sind alle im subjektiven Tatbestand zu prüfen. Hier sind wir jetzt aber bei den tatbezogenen Mordmerkmalen. Also sind wir im objektiven Tatbestand. Und hier kommt ihr dann zu der Heimtücke. Und hier solltet ihr in zwei Schritten vorgehen. Zunächst einmal habt ihr den ersten Schritt. Das ist die sogenannte Definition. So habe ich den Schritt jetzt mal genannt. Wir haben ja gerade in der Definition gesehen, dass es drei Merkmale gibt. Nämlich einmal die Arglosigkeit, die darauf beruhende Wehrlosigkeit und dann das bewusste Ausnutzen dieser Arg- und Wehrlosigkeit. Okay. Und jetzt in einem zweiten Schritt solltet ihr dann eine Restriktion prüfen. Und hier gibt es ja im Wesentlichen zwei Ansichten. Diese zwei Ansichten solltet ihr immer darstellen. Nämlich einmal die Ansicht des BGH, wonach wir auf eine feindliche Willensrichtung schauen müssen. Und die Ansicht der herrschenden Lehre, wonach ein verwerflicher Vertrauensbruch erforderlich ist. Diese Restriktion ist deshalb vorzunehmen, weil das Mordmerkmal der Heimtücke ist sehr weit. Wenn ihr, stellt euch mal vor, ihr wollt jemanden umbringen, dann geht ihr ja nicht auf den zu und sagt, haha, ich will dich jetzt umbringen und dann, ja, bereitet ihr euch so vor mit so zwei, ja, ihr hebt eure Arme halt in die Luft und macht so eine Boxerpose. Das macht natürlich kein Mensch. Wenn ihr jemanden umbringen wollt, dann macht ihr das am besten so, dass ihr irgendwo im Hinterhalt wartet und dann am besten irgendwie auf den schießt oder so. Das ist immer ein schön problemloser Mord einer Person, weil da gibt es keine Komplikation. Die Person ist arglos. Sie denkt nicht, dass irgendwie, dass sie angegriffen wird und ist deswegen wehrlos. Also für euch als Mörder ist das super einfach, wenn, ja, wenn die, wenn ihr einen Heimtücke-Mord macht. Und deswegen ist ja auch halt so beliebt, dieser Heimtücke-Mord. Und deshalb ist ja auch gefühlt, also wenn ihr diesen, diese Pressemitteilung des BGH immer abonniert habt mit der E-Mail, dann bekommt ihr, ja, also die meisten, die meisten E-Mails, die ich bekomme mit diesen BGH-Entscheidungen sind immer, ja, das Urteil des Landgerichts ist rechtskräftig und das war dann eine Verurteilung zum Mord. Also das ist wirklich der häufigste Fall, der in meiner E-Mail, in meinem E-Mail-Postfach, ja, den es in meinem E-Mail-Postfach gibt. Und deswegen Heimtücke ist super praxisrelevant und auch super klausurrelevant, weil natürlich werden die Klausuren auch, ja, so erstellt, dass man auf ein Urteil des BGH schaut und dann übernimmt man zumindest in Teilen den Sachverhalt. Und dann subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld, okay. Und hier natürlich im Gutachten müsstet ihr hier beim subjektiven Tatbestand noch die täterbezogenen Mordmerkmale prüfen, falls es solche gibt. Genau, noch ein Hinweis von mir, das bewusste Ausnutzen und diese feindliche Willensrichtung und sowas, das sind eigentlich subjektive Merkmale, also die sind eigentlich im subjektiven Tatbestand zu prüfen. Allerdings macht das keiner, weil das ist hier alles so schön kompakt, dann unter diesem Mordmerkmal und deswegen würde ich das so machen, wie ich es hier dargestellt habe. Okay, damit kommen wir zu der ersten und wichtigsten Voraussetzung des Heimtücke-Mordes, nämlich der Arglosigkeit. Arglos ist jemand, der sich keinen täglichen Angriff auf sein Leben oder körperliche Unversehrtheit versieht. Ja, das ist so ein altes deutsches Wort, also das bedeutet einfach, er rechnet nicht mit einem Angriff auf sein Leben oder der körperlichen Unversehrtheit. Okay, das ist die Arglosigkeit. Der Zeitpunkt, auf den abzustellen ist, ist der Versuchsbeginn. Also dann, wenn jemand mit dem Messer auf mich zurennt, weil dann liegt ein unmittelbares Ansetzen vor und dann, weil, ihr wisst das, unmittelbares Ansetzen, wenn der Täter subjektiv die Schwelle zum Jetzt geht los, überschritten hat und objektiv kein weiterer wesentlicher Teilakt mehr zur eigentlichen Tathandlung erforderlich ist. Okay, dieser Zeitpunkt ist der maßgebliche Zeitpunkt. Hier gibt es eine Ausnahme. Okay, bevor wir zu der Ausnahme kommen, hier ein Beispiel. T mischt Gift in das Getränk von O. Den bitteren Geschmack des Gifts hat er durch die Zugabe von etwas Zucker ausgeglichen. Und hier wisst ihr aus meinem Strafrecht-AT-Video. Das unmittelbare Ansetzen liegt in diesen Fällen, in diesen, ja, Distanzfällen, ja, liegt es dann vor, wenn der Täter das Geschehen aus der Hand gibt. Also wenn der T hier dann das Getränk vor den O stellt, dann ist das unmittelbare Ansetzen zu bejahen. So, jetzt zu der Ausnahme, die Ausnahme ist die folgende. Wenn man jemanden in einen Hinterhalt lockt, dann ist auf diesen Zeitpunkt abzustellen. Also, hier ein Beispiel. T läuft mit seiner Freundin O Hand in Hand nachts die Straße entlang. T führt die nichtsahnende O in eine abgelegene Gasse und schubst sie so dann von sich weg. Er holt ein Messer heraus. O weiß nun, dass der T ihr nichts Gutes möchte. T geht mit langsamen Schritten auf die O zu und tötet die sich währende O nach einiger Zeit. In diesem Fall, wenn wir auf den Versuchsbeginn abstellen würden, in diesem Fall, okay, der holt sein Messer heraus und dann geht er mit langsamen Schritten auf die O zu. Ja, spätestens dann, wenn er mit dem Messer halt ausholt, liegt ein unmittelbares Ansetzen vor. Aber in diesem Zeitpunkt, wenn wir hier auf das unmittelbare Ansetzen abstellen würden, dann wäre die O gar nicht arglos. Weil sie wusste ja schon, hier, O, der T, der möchte mir nichts Gutes. Und dann geht er auch noch mit langsamen Schritten, das habe ich natürlich so extra gemacht, geht er dann auf die O zu. Also sie wusste schon, als sie geschubst wurde, beziehungsweise dann, wenn der T mit langsamen Schritten und einem Messer in der Hand auf sie zuläuft, okay, hier, das wird nichts, ja, mein Leben ist gefährdet. Ich rechne mit einem Angriff auf mein Leben. Aber in diesen Fällen müssen wir auf den Zeitpunkt der Falle abstellen. Nämlich hier hatte die O, ja, die war Hand in der Hand mit dem T am Laufen und dann führt er sie in eine abgelegene Gasse. Und dieses in den Hinterhalt locken, zu diesem Zeitpunkt hatte die O nichts geahnt. Und deswegen ist in diesem Beispiel, Beispielsfall auch die Arglosigkeit der O zu bejahen, weil wir auf den vorangestellten Zeitpunkt des in die Falle lockens schauen. Okay, dann zweiter Punkt und der ist wichtig, nämlich brauchen wir die Fähigkeit zum Argwohnen. Zum einen jetzt der Fall des Schlafes. Beim Schlaf gilt grundsätzlich, die Arglosigkeit wird in den Schlaf mitgenommen. Wenn ich mich heute Abend schlafen lege, dann bin ich arglos, weil ich denke, ja, mir passiert nichts. Und dann schlafe ich halt schön und, genau, und kann auch überhaupt erst schlafen, wenn ich arglos bin. Weil wenn ich nicht arglos wäre, oh mein Gott, dann könnte ich ja gar nicht schlafen heute Abend und weil ich immer denke, da kommt gleich jemand und bricht bei mir ein und hat eine Pistole in der Hand oder so. Also jeder ist grundsätzlich arglos, wenn er sich schlafen legt. Und diese Arglosigkeit wird dann in den Schlaf genommen. Das heißt, wenn dann die Person im Schlaf getötet wird, dann ist ein Heimtücke-Mord zu bejahen. Die Ausnahme hier ist, wenn man unfreiwillig in den Schlaf verfällt. Wenn man unfreiwillig in den Schlaf verfällt, sagen wir, ich war 20 Stunden hier an meinem PC und habe das neue Videospiel gespielt. Und jetzt werden meine Augenlider immer schwerer und schwerer, aber ich versuche immer noch weiter zu spielen. Ich will noch eben dieses Level schaffen und dann gehe ich in den Schlaf. Aber nein, ich verfalle dann unfreiwillig in den Schlaf. In diesen Fällen ist die Arglosigkeit nicht gegeben. Da wird sie nicht in den Schlaf mitgenommen. Eine weitere Ausnahme ist die Bewusstlosigkeit. Das ist natürlich ein unnatürlicher Zustand, in welchem man die Sicherheitserwartungen nicht mitnehmen kann. Das ist ein bisschen strittig, finde ich aber komisch. Ja, in meinem ersten Fall, glaube ich sogar, oder in meiner ersten Prüfung im Strafrecht, war genau dieser Fall. Da war irgendwie jemand im Park und dann wurde der bewusstlos geschlagen. Und dann kam eine zweite Person, die hat das gesehen. Aha, der ist bewusstlos und hat dann diesen Umstand der Bewusstlosigkeit ausgenutzt und hat den dann getötet. Okay, hier gibt es natürlich mehrere Probleme. Objektive Zurechnung, dazwischentreten dritter Person, dann vielleicht auch noch einen atypischen Kausalverlauf und aber auch noch die Arglosigkeit. Und hier hatte ich in meiner Prüfung richtigerweise die Arglosigkeit verneint, weil der wurde ja bewusstlos geschlagen. Da nimmt man natürlich die Arglosigkeit nicht mit. Also ganz klar, ja. Super. Zweiter Fall oder zweite Fallgruppe zur Fähigkeit zum Argwohnen, das sind die Kinder. Und bei den Kindern solltet ihr wissen, dass bei Kleinkindern, also so Kinder unter drei Jahren, ja vielleicht auch noch vier Jahre, das muss man halt im Sachverhalt, muss das irgendwie angelegt sein, denen fehlt grundsätzlich die Fähigkeit zum Argwohnen. Hier ein Beispiel. Die Tee mischt Gift in den Babybrei und gibt dies ihrer zweijährigen Tochter. Hier ist die Heimtücke zu verneinen. Ja, das ist richtigerweise so dieses Ergebnis. Der BGH hat das mal in einer anderen Entscheidung anders gesehen, weil die, wie hat der das gesagt, irgendwie die natürlichen Reflexinstinkte des Kindes wurden überlistet. Irgendwie sowas hat er gesagt, weil das Gift war wohl irgendwie, das Gift war wohl irgendwie bitter und das Kind hat dann immer den Babybrei ausgespuckt und hat den gar nicht heruntergeschluckt. Und dann hat die Tee halt Zucker, also Gift und Zucker in den Babybrei gegeben und dann hat die Tochter das gegessen und ist dann gestorben. Und dann hat der BGH in dem Fall den Heimtücke-Mord bejaht, was aber falsch ist. Also in der Literatur wurde das auch zu Recht kritisiert, weil das zweijährige Kind hat gar nicht die Fähigkeit zum Argwohnen. Deswegen kann gar nicht die Arglosigkeit und die darauf beruhende Wehrlosigkeit ausgenutzt werden, bewusst ausgenutzt werden und dementsprechend ist ein Heimtücke-Mord in diesem Fall vom BGH eigentlich zu verneinen gewesen. Gut, zweiter Punkt und der ist nochmal wichtig, der knüpft an die Kinder an, nämlich kann es bei Kindern, sagen wir hier, wir haben wieder die zweijährige Tochter, da kann trotzdem noch ein Heimtücke-Mord vorliegen, wenn eine schutzbereite dritte Person ausgeschaltet wird. Ein Beispiel sind hier immer die Babysitter oder auch die Pflegekräfte im Krankenhaus. Das heißt, wenn die Schülerin S, die ist Babysitterin in ihren Schulferien, die möchte sich ein bisschen Geld dazu verdienen und die passt jetzt auf die zweijährige Tochter auf. So, und wenn jetzt die Schülerin S weggelockt wird, sagen wir unter dem Vorwand, ähm, keine Ahnung, oh mein Gott, da ist Taylor Swift und die Schülerin S ist Fan von Taylor Swift und rennt da jetzt hin und jetzt wird die zweijährige Tochter getötet, dann ist dort auf die Arglosigkeit, äh, des, der schutzbereiten dritten Person abzustellen und hier hat die Schülerin S sich nicht eines täglichen Angriffs auf das Leben oder die körperliche Unversehrtheit des Babys versehen und deswegen liegt dann in dem Fall auch ein Heimtücke-Mord vor, wenn das Kind dann umgebracht wird. Okay. Genau. Dann kommen wir zu Sonderkonstellationen der Arglosigkeit. Also ihr seht, die Arglosigkeit ist wirklich wichtig. Die Arglosigkeit ist auch dann zu bejahen, wenn zwischen dem Erkennen der Gefahr und dem Angriffsbeginn eine derart kurze Zeitspanne liegt, dass die Erkenntnis die Abwehrmöglichkeiten des Opfers nicht verbessert. Das sind immer solche, ja, also ich stell mir das so vor, wie in den Actionfilmen. Sagen wir, da ist unser Protagonist und der Protagonist, oh, der merkt plötzlich, der läuft irgendwie mit der Begleiterin und dann plötzlich merkt dann der James Bond, ha, hier ist was faul. Und dann zwei, drei Sekunden später kommen dann die Leute aus ihrem Versteck und greifen den an. In diesem Fall ist die Arglosigkeit auch zu bejahen. Die Arglosigkeit zum Zeitpunkt eines mit Verletzungsvorsatz geführten Angriffs genügt, wenn dieser so schnell in Tötungsvorsatz umschlägt, dass keine Abwehrmöglichkeit besteht und der Überraschungseffekt andauert. Also, wenn mich jemand nur schlagen möchte erst und dann schlägt er mich und ich bekomme einen Schlag ins Gesicht. Ich kann das nicht mehr, kann dem Schlag nicht mehr ausweichen. Jetzt falle ich zu Boden und plötzlich denkt sich der T ganz schnell, boah, den kann ich auch eigentlich töten. Jetzt hat er herausgefunden, dass ich den irgendwie um 10.000 Euro betrogen habe und dann tötet der mich noch ganz schnell. In diesem Fall ist auch Arglosigkeit gegeben, wenn ich diesen ersten Angriff, der auch nur mit Körperverletzungsvorsatz geführt war, wenn ich den halt nicht gesehen habe, mit dem nicht gerechnet habe, dann genügt das. Auch. Das hat der BGH auch bejaht, als sich das Opfer und der Täter ja vorher, ja, verbal ausgetauscht haben, sagen wir mal. Und auch dort hat der BGH die Arglosigkeit bejaht. Allerdings müsst ihr natürlich dann immer noch das Ausnutzungsbewusstsein, also das bewusste Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit prüfen. Das ist in diesen Fällen problematischer jedenfalls. Also da müsst ihr aufpassen. Gut. Und dritte Sonderkonstellation, die besprechen wir später. Das ist die sogenannte normative Arglosigkeit. Perfekt. Das war jetzt die erste Voraussetzung beim Heimtücke-Mord, die Arglosigkeit. Jetzt brauchen wir noch die Wehrlosigkeit. Und die Wehrlosigkeit ist definiert als, wer sich infolge der Arglosigkeit nicht verteidigen kann. Und die Wehrlosigkeit muss daher auf der Arglosigkeit beruhen. Das ist normalerweise gegeben. Wenn ich mich keinem Angriff versehe, ja, dann bin ich auch grundsätzlich wehrlos. Also wenn ich nicht damit rechne, dass mir jemand ins Gesicht schlagen wird. Und ja, jetzt schlägt er mir ins Gesicht. Dann war ich auch eigentlich immer wehrlos. Es gibt zum Beispiel diesen Fall hier. Opa O ist 97 Jahre alt. Er ist aufgrund von einer Krankheit ans Bett gefesselt und kann sich auch kaum noch bewegen. T kommt in das Krankenhaus, um das mit dem Erbe etwas zu beschleunigen. Und er schießt den O im Schlaf. Hier, Arglosigkeit ist O. Ja, er hat die Arglosigkeit mit in den Schlaf genommen. Allerdings Wehrlosigkeit, ja, hier würde man sagen, der Opa O, der hätte sich so oder so nicht wehren können. Und deswegen war hier die Arglosigkeit nicht kausal für die Wehrlosigkeit. Und deswegen, ja, fehlt es hier an dieser zweiten Voraussetzung und ein Heimtücke-Mord ist nicht gegeben. Gut, eine erhebliche Einschränkung seiner Abwehrmöglichkeiten reicht aus, also der Abwehrmöglichkeiten vom Opfer. Hier habe ich mir auch mal ein Beispiel ausgedacht. T wartet nachts im Gebüsch. Es ist stockdunkel. T wartet den perfekten Moment ab und schlägt O mit dem Hammer gegen den Kopf. O kann aber gerade noch soeben seinen Kopf bewegen, sodass der Hammer ihn nicht vollständig trifft. Hier liegt eine erhebliche Einschränkung der Abwehrmöglichkeiten des O vor. Er konnte natürlich noch seinen Kopf wegbewegen. Das ist natürlich eine Abwehrmöglichkeit, aber er konnte es zum Beispiel nicht mehr mit seinen Händen abwehren, diesen Hammer. Und deswegen war der O hier in seinen Abwehrmöglichkeiten erheblich eingeschränkt und das genügt vollkommen aus. Gut, damit haben wir jetzt die Arglosigkeit und die darauf beruhende Wehrlosigkeit abgehakt. Wir kommen zum bewussten Ausnutzen. Und das bewusste Ausnutzen, hier müsst ihr die Definition nicht so wirklich kennen, meiner Meinung nach. Der Täter muss die Arg- und die Wehrlosigkeit bewusst wahrgenommen haben und dann aufgrund dessen gehandelt haben. Das ist so der Sinn hinter dem bewussten Ausnutzen. Auch hier gilt wieder diese, ja, man soll natürlich die Mordmerkmale restriktiv handhaben und das gilt insbesondere für die Heimtücke. Und deswegen hat man diese, dieses bewusste Ausnutzen noch zusätzlich als Voraussetzung, als subjektive Voraussetzung hinzugenommen. Und diese fehlt zum Beispiel, wenn der Täter aufgrund seiner psychischen Verfassung oder bei Spontanhandlung die Arglosigkeit oder die Tatsache, dass er diese ausnutzt, gar nicht erkennt. Okay. In der Klausur ist das meistens unproblematisch. Also in wirklich 99% der Fälle ist das nicht so wirklich zu thematisieren. Da reicht ein Satz vollkommen aus. Gut. Und damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Schritt. Wir haben den ersten Schritt, die Definition abgehakt. Heimtückisch tötet der, der die Arglosigkeit und die darauf beruhende Wehrlosigkeit bewusst ausnutzt. Okay. Das war die Definition. Da haben wir uns die drei Voraussetzungen angeschaut. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Schritt, nämlich der Restriktion. Und der Hintergrund ist hier die absolute Strafandrohung. Häufig wird immer gesagt, ja warum müssen wir die Mordmerkmale restriktiv auslegen? Ja weil hier eine lebenslange Freiheitsstrafe vorliegt. Das ist eigentlich gar nicht so wirklich das Argument. Das ist natürlich auch ein Argument. Lebenslang ist eine lange Zeit, deswegen sollten wir damit restriktiv umgehen. Ja. Aber das deutlich stärkere Argument ist, dass im 211 StGB gar kein Strafrahmen genannt wird. Wenn Mord vorliegt, dann muss der Richter auf lebenslang entscheiden. Es gibt keine andere Wahl. Mord liegt vor, zack, absolute Strafandrohung. Das hier muss lebenslang sein. Und dieser Fakt, dass der Richter keinen Spielraum hat, das ist das Problematische an dem Mordtatbestand. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht auch dazu gemahnt, die Mordmerkmale restriktiv auszulegen. Hier seht ihr auch nochmal, es gibt zum Beispiel bei dem 306c der Brandstiftung mit Todesfolge, verursacht der Täter durch eine Brandstiftung bla 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 bla, wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen. So ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. Hier bei dem 306c, da gibt es dieses Problem mit dieser restriktiven Auslegung gar nicht, weil hier gibt es zwar eine lebenslange Freiheitsstrafe, okay, das ist eine lange Strafe, das stimmt, aber der Richter hat in diesem Fall von 306c hat er einen Spielraum, nämlich nicht unter zehn Jahre, also zehn Jahre bis lebenslang. Da hat er einen Spielraum und kann dort halt sein Ermessen walten lassen. Okay. Gut, damit, das war so das Vorgeplänkel. Jetzt wisst ihr also, dass wir das Heimtücke-Merkmal irgendwie restriktiv handhaben müssen. Und der BGH macht dies, indem er darauf schaut, ob wir eine feindliche Willensrichtung haben. Und die feindliche Willensrichtung liegt in 99,9% der Fälle vor. Nur in Mitleidsfällen, da liegt sie nicht vor. Und das sind solche Fälle, wenn der Täter nur das Beste für das Opfer will. Also, zum Beispiel hier, das Opfer leidet seit Jahren an Krebs. Der Angehörige T denkt, er macht O eine Freude mit dem Tod und tötet diesen aus Mitleid. In diesem Fall haben wir nach dem BGH kein Mord. Auch wenn der T den O im Schlaf erschießt oder so. Das ist zwar das bewusste Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit. Allerdings ist hier die Restriktion greift ein. Wir haben keine feindliche Willensrichtung. Und der T ist nicht wegen Mordes zu bestrafen, sondern nur wegen Totschlags. Okay. Wenn das Opfer den Täter darum bittet, es zu töten, dann sind wir gar nicht beim 211, sondern wir sind beim 212, beim Totschlag und beim 216 StGB, nämlich der Tötung auf Verlangen. Die zweite Ansicht ist die der herrschenden Lehre. Also auch die herrschende Lehre versucht, das Mordmerkmal der Heimtücke irgendwie einzugrenzen und die herrschende Lehre fordert einen verwerflichen Vertrauensbruch. Und hier brauchen wir dann nach der herrschenden Lehre irgendwie ein besonderes Vertrauensverhältnis. Beispielsweise bei Familien oder im engen Freundeskreis ist das so. Das heißt, wenn der beste Freund von T, der O, der schuldet dem T noch 100 Euro. Und der T, der wartet auf das Geld und wartet und wartet und bekommt das nicht. Und jetzt tötet der T den O im Schlaf. Dann wäre das nach der herrschenden Lehre hier ein verwerflicher Vertrauensbruch. Und dann wäre, und dann ist in diesem Fall nach der herrschenden Lehre auch der Heimtücke-Mord zu bejahen. Wenn das aber irgendwie ja zwei fremde Menschen sind, die haben sich gerade in Hamburg in einer Bar getroffen für fünf Minuten und ja, was auch immer. Und jetzt tötet der eine den anderen im Schlaf. Dann liegt kein verwerflicher Vertrauensbruch vor, weil wir haben kein besonderes Vertrauensverhältnis hier gehabt. In diesen Fällen müsst ihr natürlich argumentieren. Zum Beispiel könnte man ja jetzt in meinem Fall von gerade sagen, ja, wer leiht denn einem anderen, dem er nicht vertraut, 100 Euro? Also dieses 100-Euro-Leihen, das könnte doch dafür sprechen, dass doch schon wohl ein besonderes Vertrauensverhältnis bestand. Egal, hier müsst ihr einfach nur den Sachverhalt auswerten und argumentieren. In der Regel solltet ihr dem BGH folgen, insbesondere weil diese Ansicht des verwerflichen Vertrauensbruchs, die ist ziemlich unbestimmt. Ja, wann liegt denn ein besonderes Vertrauensverhältnis vor? Das ist super unbestimmt und das verstößt deswegen wohl gegen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz und außerdem solche typische Heimtücke-Konstellationen, wie der Attentat aus dem Hinterhalt. Die würden hier wegen fehlender Täter-Opfer-Beziehung nach der herrschenden Lehre kein Heimtücke-Mord sein. Okay, damit komme ich jetzt zu einem komplizierten Punkt, nämlich der normativen Arglosigkeit. Und hier, ja, doch ein bisschen Vorgerede noch. Also, ihr habt gesehen, dieses Heimtücke-Mordmerkmal ist das praxisrelevanteste, das klausurrelevanteste und auch das weiteste Mordmerkmal. Das liegt sehr, sehr häufig vor. Und jetzt gibt es in der Rechtsprechung in der letzten Zeit auch eine Tendenz, dieses Heimtücke-Mordmerkmal immer mehr einzuschränken. Weil diese feindliche Willensrichtung, das ist wirklich in 99,9% der Fälle gegeben. Nur in diesen Mitleidsfällen, da ist sie halt nicht gegeben. Und das ist auch der Kritikpunkt der herrschenden Lehre. Diese feindliche Willensrichtung, das ist ein viel zu grober Sieb. Da fällt eigentlich alles durch. Nur diese Mitleidsfälle, die bleiben da stecken. Aber das ist dieser Punkt, diese Restriktion, die ist ein Fehlschlag. Die hilft nicht wirklich weiter in der Praxis. Und deswegen gibt es jetzt diese Tendenz zum, ja, dazu, dass man auch bei anderen Voraussetzungen vielleicht mal das Heimtücke-Mordmerkmal einschränkt. Und hier machen wir es jetzt bei der Arglosigkeit, indem wir uns zwei Fälle anschauen. Ich mache das anhand eines Beispielfalls. Das war der erste Fall, wo der BGH die Arglosigkeit normativiert hat. Zumindest in gewisser Weise. Und das hat auch in der herrschenden Lehre ziemlich viel Anklang gefunden. Deswegen ist das auch ziemlich beliebt. Und das solltet ihr auch kennen. Gut, der Sachverhalt ist der folgende. T handelte mit illegal kopierten CDs. Er wurde deswegen von O über einen mehrmonatigen Zeitraum erpresst. Am Tattag verlangte O von T erneut Geld. Für den Fall der Zahlungsunwilligkeit drohte er dem T mit der Einschaltung der Polizei sowie mit der Zerstörung der Wohnungseinrichtung des T. Dieser übergab dem O daraufhin den geforderten Betrag. Kurz darauf trat der T hinter den mit seinen Händen in der Hosentasche stehenden O, schnitt ihm mit einem Küchenmesser durch den Hals und fügte ihm so absichtlich tödliche Verletzungen zu. Okay, also der O hatte hier nichts geahnt, wenn wir mal jetzt schon zu der Arglosigkeit springen. Der O stand mit dem Rücken zum T und er hatte seine Hände in den Hosentaschen. Also das spricht erstmal ganz klar dafür, dass wir hier eine Arglosigkeit haben. Okay, schauen wir uns aber die Lösung an. Mal komplett. Wir prüfen das mal durch. Wir haben den Erfolg, der O ist tot. Das war auch kausal, objektiv zurechenbar. Wir kommen zur Heimtücke. Hier erste Voraussetzung die Arglosigkeit. Und hier liegt der Schwerpunkt. Grundsätzlich ist die Arglosigkeit tatsächlich zu beurteilen. Das heißt, hier ist das zu bejahen, weil der O nicht mit einem Angriff rechnete. Er hatte die Hände in den Hosentaschen und er stand mit dem Rücken zum T. Okay. Aber jetzt kommt der BGH und sagt, ja möglicherweise hätte der O doch mit einem Angriff von T rechnen müssen, wenn der T sich in einer Notwehrlage befand. Weil wenn der T in einer Notwehrlage ist, ja dann sagt das Gesetz, § 32 StGB, dann sagt es doch, wehre dich. Da gilt doch der Gedanke des Individualschutzes und der Rechtsbewährung. Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Und diese, ja also wenn der T in einer Notwehrlage ist, ja dann muss der O eigentlich doch mit einem Angriff rechnen. Und deswegen hat der BGH hier eine Notwehrlage geprüft vom T. War der T in einer Notwehrlage. Hier noch eine ganz kurze Anmerkung von mir. Wir prüfen jetzt die Notwehrlage inzident im Tatbestand. Also normalerweise prüft ihr natürlich die Notwehrlage und die Notwehrhandlung bei der Rechtfertigung, also nicht mehr im Tatbestand. Hier prüft der BGH aber die Notwehrlage inzident in der Arglosigkeit, um dann ausgehend von dieser Notwehrlage, die möglicherweise bestand, die Arglosigkeit normativ anzupassen. Okay, weiter im Video. Hier liegt ein Angriff auf ein Individualrechtsgut vor, nämlich sein Eigentum. Okay, dann war das gegenwärtig hier ein bisschen problematisch. Allerdings war das Geld hier ja noch nicht gesichert. Der O stand ja noch mit dem Geld in der Wohnung von dem T. Deswegen liegt hier eine Vollendung vor, aber noch keine Beendigung. Und deswegen war der Angriff hier noch gegenwärtig. Okay, das war auch rechtswidrig. Also der O hat ganz klar den T rechtswidrig erpresst. Und dann können wir hier jetzt die Notwehrlage bejahen. Und deswegen kommt der BGH dann zu einer normativen Korrektur. Der T, der hat hier zwar den O getötet, aber der T war hier auch angegriffener. Ihm sollte nicht das Risiko aufgelastet werden, bei Überschreitung der rechtlichen Grenzen der Rechtfertigung das Mordmerkmal der Heimtücke zu verwirklichen. Das Gesetz appelliert an denjenigen, der sich in einer Notwehrlage befindet, dass dieser sich wehren soll und dass das Recht dem Unrecht nicht zu weichen braucht. Daher hat der O seine Arglosigkeit zu Beginn seines erpresserischen Angriffs verloren. Der T ist hier nicht strafbar wegen eines Heimtücke-Mords. Okay, das ist also die Ratio dahinter. Der T, der befand sich hier in einer Notwehrlage und deswegen haben wir die, das Merkmal der Arglosigkeit normativ zu korrigieren. Ah ja, wie sieht es mit dem Harpgier-Mordmerkmal aus? Hier hat der T aber nicht aus Harpgier gehandelt, sondern es war ja sein Geld und er hat den O getötet zur Durchsetzung rechtmäßiger Ansprüche und deswegen ist das hier keine Harpgier. Er hat ja einen Anspruch aus 8,62 wahrscheinlich, ja jedenfalls aus 8,23 BGB hat der T gegen den O einen Anspruch und deswegen diese Durchsetzung rechtmäßiger Ansprüche fällt ja nicht unter die Harpgier. Dann ist der T strafbar wegen Totschlags. Ja, haben wir gesehen, der Tatbestand ist erfüllt. Wir kommen zur Rechtfertigung. Notwehrlage liegt vor, haben wir auch schon geprüft. Notwehrhandlung. Hier müsstet ihr prüfen, ob die Verteidigung, die erforderlich und geboten ist, vorliegt. Die Verteidigung liegt vor. War diese auch erforderlich? Sie war definitiv geeignet, den Angriff zu beenden oder zu erschweren. Hier hat sie den beendet. Und dann, zweiter Punkt ist das relativ mildeste Mittel. Allerdings hier dann hängt das von der konkreten Kampflage ab. Hier habe ich den Sachverhalt sehr kurz gestaltet und der BGH hat auch hier die Entscheidung zurück an das Landgericht verwiesen zur weiteren Sachverhaltsaufklärung, weil dem BGH dem fehlten hier Angaben zu der konkreten Kampflage. Okay. Ihr könntet ja jetzt denken, oh mein Gott, das Urteil war aus dem Jahr 2003. Das ist ja gar nicht mehr aktuell. Wir sind jetzt hier 20 Jahre in der Zukunft und ja. Allerdings müsst ihr hier beachten, der BGH hat das auch nochmal so gesehen, nämlich im Jahr 2022. Begeht der Täter seine Tat als Opfer einer Erpressung in einer bestehenden Notwehrlage, kann dies unbeschadet der weiteren Voraussetzung dieses Rechtfertigungsgrundes Auswirkungen auf die Beantwortung der Frage heimtückischen Handelns haben. Das Mordmerkmal der Heimtücke ist insoweit einer auch normativ orientierten, einschränkenden Auslegung zugänglich, die dem Wortsinn des Begriffs der Heimtücke mit dem ihm innewohnenden Element des tückischen Rechnung zu tragen hat, so der BGH. Also normative Korrektur ist möglich, auch im Jahr 2022. Gut, dann kommen wir zum Haustyran-Mord. Der M misshandelt seine Frau F und sein Kind seit Jahren. F kann nicht mehr, sie entschließt sich dazu, den M umzubringen. Als M sich schlafen legt, sieht sie ihre Chance und sticht ihm mehrmals in den Hals. M stirbt. Hat sich F hier wegen Mordes strafbar gemacht. Hier bejaht der BGH die Heimtücke. Ihr könntet euch ja jetzt fragen, warum denn hier jetzt keine normative Korrektur der Arglosigkeit. Allerdings müsst ihr ja sehen, dass hier gar keine Notwehrlage besteht, weil hier liegt ja gar kein gegenwärtiger Angriff vor, weil der M, der schläft ja. Und wenn jemand schläft, dann greift er nicht an. Also hier liegt keine Notwehrlage vor und hier liegt zwar eine Dauergefahr vor nach 34 StGB, aber zumindest nach dem BGH ist nur die Notwehrlage in der Lage, eine normative Korrektur der Arglosigkeit zu bewirken und die Dauergefahr im Sinne des 34 StGB ist es nicht. Somit kommen wir hier zum Ergebnis, dass der Tatbestand erfüllt ist. Dann die Rechtswidrigkeit. Notwehr ist nicht gegeben, da kein gegenwärtiger Angriff vorliegt. Siehe oben. Dann rechtfertigender Notstand. Wir haben hier zwar eine Dauergefahr, aber das Leben entzieht sich ja jeglicher Abwägung, weil der M, der stirbt ja und Leben ist das höchste Rechtsgut. Dementsprechend kann man das Leben beim Notstand weder in quantitativer noch in qualitativer Weise gegeneinander abwägen. Okay, damit kommen wir zur Schuld und hier könnte es den entschuldigenden Notstand geben. Allerdings sagt der BGH hier immer, dass die Frau zur Polizei gehen könnte oder sie könnte in ein Frauenhaus ziehen oder sie könnte, keine Ahnung, was auch immer noch machen. Dementsprechend sagt der BGH, das ist also nicht erforderlich und somit kommen wir zum Gesamtergebnis, dass sich die F hier wegen Mordes strafbar gemacht hat. Nach Ansicht des BGH ist die Strafe allerdings zu mildern. Das ist die sogenannte Rechtsfolgenlösung. Und ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Es ist natürlich verständlich, dass er die F hier nicht so stark bestrafen möchte. Also das kann ich immer nachvollziehen. Okay, ich kann das sehen, wenn die über 10, 15 Jahre immer geschlagen wird, wenn der Mann von der Arbeit kommt und das ist natürlich verständlich dann, dass die F irgendwann genug hat und dann den umbringt. Und sie kann das natürlich auch nur machen, wenn der Mann schläft, weil der Mann ist grundsätzlich körperlich überlegen. Also da wird eine Frau grundsätzlich nichts machen können gegen einen Mann, körperlich. Allerdings, wenn er sich schlafen legt, okay. Aber... Ich als Rechtsdogmatiker, also ich mag Rechtsdogmatik ja eigentlich und ja, ich finde das immer ein bisschen kritisch. Vielleicht hätte man auch schon hier ansetzen können oder so oder hier ansetzen können und sagen können, okay, das hier ist kein Heimtücke-Mord, sondern das ist nur ein Totschlag. Das fände ich persönlich deutlich besser. Ich sage ja auch jetzt nicht, ja, ich habe die Kopfhörer nach 433 BGB übereignet, nur weil das gerade mein Ergebnis so passend macht. Deswegen, ihr wisst, was ich meine. Also hier biegt der BGH das Recht ein bisschen, aber okay. Ja. Also, wenn irgendwann mal ein Fall vom BGH ist, wo man nach 433 BGB übereignen muss für ein gerechtes Ergebnis, dann könnte das mal passieren. Na, na, ist ein bisschen Spaß und wir kommen zum nächsten Mordmerkmal der Grausamkeit. Und jetzt wird es ein bisschen entspannter. Die Grausamkeit, diese Definition müsst ihr auch kennen. Dem Opfer werden aus gefühlloser und unbarmherziger Gesinnung heraus Schmerzen zugefügt, die über das Normalmaß einer Tötung hinausgehen. Hier seht ihr, wir haben ein subjektives Element, diese unbarmherzige Gesinnung, und wir haben ein objektives Element, nämlich Schmerzen, die über das Normalmaß einer Tötung hinausgehen. Hier, also mein Beispielfall, der, keine Ahnung, habe ich noch nie im Kommentar gefunden, aber das, was ich mir persönlich immer ganz schmerzhaft vorstelle, ist, wenn mir jemand ganz viele kleine Wunden zufügt und ich dann verblute. Und ich sehe das, oh mein Gott, ich verliere Blut und Blut und mehr und mehr und mehr. Und ich sehe das und irgendwann verliere, ja, wird mein Bewusstsein halt, äh, der Dämmer und, ja. Also das stelle ich mir unter einem sehr schmerzhaften Mord vor. Besonders dann noch, wenn das irgendwie, wenn mir diese Wunden nicht mit einem Skalpell oder sowas zugefügt werden, sondern mit irgendwie, keine Ahnung, einer stumpfen Schere oder sowas. Keine Ahnung, was möglich ist. Ich habe noch nie jemanden gefoltert. Und, also da stelle ich mir immer vor, ein Fall vom Skript vom Professor Satzka ist das russische Roulette. Also, wenn ich auf dem Stuhl sitze, gefesselt und jetzt hat er seinen Revolver da, hat eine Kugel in dem Revolver, dreht den so und schießt auf mich und zack, ach, Patrone war doch nicht da. Und dann rollt er nochmal und zack, ach, schon wieder Glück gehabt und so weiter und so weiter. Das sind auch psychische Schmerzen, die über das Normalmaß einer Tötung hinausgehen. Wichtig ist mir hier, dass ihr nicht einfach das so schnell annehmt. Zum Beispiel ist nicht grausam, wenn dem Opfer mit einer Axt der Kopf abgeschlagen wird. Das ist nicht grausam. Das sind nicht Schmerzen, die über das Normalmaß einer Tötung hinausgehen. Jede Tötung tut weh und hier das schnell mit einem Axtschlag abzuschlagen, das ist nicht grausam. Da werden mir keine Schmerzen, die über das Normalmaß hinausgehen, zugefügt. Gut, zweiter Punkt, den hatte ich schon gerade gesagt, die unbarmherzige Gesinnung. Und hier möchte ich einfach mal den Kommentar zitieren. Was damit genau gemeint ist, lässt sich weder den einschlägigen Judikaten noch den literarischen Stellungnahmen entnehmen. Also keine Ahnung, was unbarmherzige Gesinnung ist, weiß ich auch nicht. Bejaht das einfach in einem Satz in der Klausur. Gut, jetzt, ah ja, noch ein Punkt, Mord durch Unterlassen. Hier müsst ihr natürlich Paragraph 13 einmal die Garantenstellung prüfen, aber auch die Entsprechungsklausel. Und bei der Entsprechungsklausel müsst ihr natürlich beachten, dass das Unterlassen jetzt auch grausam sein muss. Also, die Mutter lässt ihr Kleinkind verhungern, beispielsweise. Das wäre ein grausamer Mord durch Unterlassen. Hier gibt es ein Problem bei der Grausamkeit, nämlich die vorbereitende Grausamkeit. Das Töten muss grausam sein. Die als grausam zu bewertenden Vorgänge müssen daher Bestandteil des Tatgeschehens sein. Das bedeutet für euch, dass ihr den Zeitpunkt des Tötungsvorsatzes immer bestimmen müsst in der Klausur. Ich mache das anhand von zwei Beispielen, dann wird das klar, was hiermit gemeint ist. Also, T hat O entführt. Er will sie benutzen und misshandeln, um Lösegeld zu erhalten. Am ersten Tag schlägt T die O ins Gesicht. Sie hat ein blaues Auge und er schickt das Foto an ihre Familie, um seine Lösegeldforderung zu bekräftigen. Am zweiten Tag vergewaltigt er sie und sie bekommt nichts zu essen. Am dritten Tag schlägt er sie bewusst los und macht ein Video. Am vierten Tag hat er endlich genug. Er fasst den Vorsatz, sie zu töten und holt eine Pistole und er schießt O. So, Strafbarkeit von T wegen grausamen Mordes. Hier ist der grausame Mord nicht gegeben, weil hier hatte der T Körperverletzungsvorsatz und Bereicherungsvorsatz. Also, er will die halt benutzen und misshandeln, vergewaltigen, was auch immer. Aber der will die nicht töten. Und dann macht er das am ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag und so weiter. Und dann am vierten Tag fasst er jetzt plötzlich den Tötungsvorsatz und holt dann eine Pistole raus und er schießt sie. Dieses Erschießen, das fügt natürlich nicht Schmerzen, die über das Normalmaß einer Tötung hinausgehen zu. Und dementsprechend liegt hier kein grausamer Mord vor. Ihr müsst auf den Tötungsvorsatz schauen. Hier jetzt die Abwandlung. T hat O entführt. Er will sie später umbringen. Vorher möchte er aber noch mit ihr etwas Spaß haben. Am ersten Tag schlägt er die, am zweiten Tag vergewaltigt er sie, am dritten Tag vergewaltigt er sie nochmal und so weiter und so weiter und so weiter. Und er hat ganz viel Spaß mit der und dann quält er die noch. Und am achten Tag, jetzt erschießt er sie. Hier ist der T wegen grausamen Mordes zu bestrafen, weil er hatte hier schon den Tötungsvorsatz. Er will sie später umbringen. Das heißt, hier hatte er schon den Tötungsvorsatz und all das hier, was am ersten bis zum achten Tag passiert, das sind Vorgänge, die zum Bestandteil des Tötens gehören und deswegen ist das hier ein grausamer Mord. Okay. Hier noch auch nochmal aus dem Kommentar zitiert. Danach soll die Grausamkeit der Tötung auch aus Umständen sich ergeben können, unter denen die Lebensvernichtung eingeleitet und vollzogen wird. Voraussetzung ist allerdings, dass der Täter von vornherein zur Tötung des Opfers entschlossen gewesen ist und die vorgezogene Leidenszufügung in diesem Bewusstsein vorgenommen hat. Ausschlaggebend ist danach der Tatplan des Täters. Also hier nochmal der Kommentar, der das bekräftigt. Man muss auf den Vorsatz des Täters schauen, wenn er sie immer töten möchte und dann vergewaltigt er sie nochmal und so weiter und so weiter und so weiter. Macht ganz viele Sachen und am Ende tötet er die. Dann gehörte das alles zum Tatplan des Täters und das ist eine grausame Tötung. Okay, letztes Mordmerkmal und dann sind wir endlich durch mit gemeingefährlichen Mitteln. Hier müsst ihr auch die Definition kennen. Ein Mittel, dessen Einsatz in der konkreten Tatsituation geeignet ist, eine Vielzahl anderer Menschen zu gefährden und dessen Auswirkungen der Täter nicht sicher sind. Insbesondere dieser letzte Teil ist der wichtige. T zündet die Autobombe, als O in einen einsamen Waldweg fährt. Hier beherrscht der Täter die Auswirkungen ganz konkret, nämlich er will den O töten, jetzt tötet er den O und deswegen ist das hier kein gemeingefährliches Mittel. Wenn der Täter aber die Autobombe dann zündet, wenn der O sich gerade auf der vielbefahrenen Autobahn befindet, ja dann beherrscht der Täter die Auswirkungen gerade nicht. Weil dann explodiert das Auto, dann kommt das von der Fahrbahn ab und fährt ein anderes Auto dagegen und so weiter. Dann passiert ganz viel, eine Massenkarambolage und jedenfalls beherrscht der Täter hier die Auswirkungen nicht. Und das wäre dann ein Mord mit gemeingefährlichen Mitteln. Hier erkennt ihr jetzt auch die Ratio des Gesetzgebers, nämlich die Leute, die halt drumherum sind. Und die sollen, wenn diese auch gefährdet werden, dann soll das halt ein Mord mit gemeingefährlichen Mitteln sein. Okay. Ein Unterlassungsdelikt ist mit diesem Mordmerkmal nicht möglich. Genau, restriktive Auslegung und das ist kein Mittel bzw. kein Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels. Dann Mehrfachtötung, ja, Mehrfachtötung, hier eine kleine Geschichte zu. Das war in meiner ersten Strafrechtshausarbeit, da habe ich dieses Problem gelesen im Kommentar und dachte, das war super cool und habe das dann in die Hausarbeit reingepackt. Ich dachte auch, das passt wohl bei dieser Hausarbeit, aber anscheinend war das nicht so. Also, naja, egal. Ähm, die Mehrfachtötung, okay, hier erst nochmal dieser Fall. T will O in der Gaststätte töten und jetzt zündet der T die Bombe in der Gaststätte. Hier werden natürlich alle Menschen, die sich in der Bar befinden, die werden natürlich auch noch gefährdet dadurch, dass eine Bombe gezündet wird. Und deswegen ist das dann ein Mord mit gemeingefährlichen Mitteln. Wenn der T aber alle Personen in der Gaststätte kennt und jetzt will er diese alle Leute töten und jetzt zündet er die Bombe, dann haben wir hier individualisierte Tatopfer und dann haben wir keinen Mord, sondern wir haben eine, einen Totschlag an, keine Ahnung, sieben Personen beispielsweise. Ja, das ist, ja, ich weiß nicht, wie klausurrelevant das ist, allerdings habt ihr das schon mal gehört. Das ist so ein, ja, so ein Standardbeispiel in der Kommentarliteratur zu den gemeingefährlichen Mitteln. Ah ja, hier nochmal ein Hinweis, was ist, was ist eine Vielzahl anderer Menschen? Hier sagt man wohl ab drei Personen, ja, ist schrittig, kann man auch anders sehen. Ja, habt ihr mal gehört. Hier ein Beispiel. A und B werfen oder warfen mehrfach circa 20 bis 60 Kilogramm schwere Granitblöcke von einer Autobahnbrücke auf darunter fahrende Autos, um einen Unglücksfall herbeizuführen. Dabei rechneten sie damit, dass nicht nur Menschen verletzt, sondern auch getötet werden könnten. Mehrere Fahrzeuge fuhren auf die Gesteinsblöcke auf, bei einem Fahrzeug fielen dadurch die Bremsen aus, es konnte jedoch ohne weitere Kollision zum Stehen gebracht werden. Strafbarkeit von A und B wegen versuchten Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln. Hier, gemeingefährliche Mittel, man muss schauen, hatten, konnten die Täter hier die Auswirkungen beherrschen. Eine tödliche Gefahr für eine Vielzahl von Menschen wohl nur, wenn Dichterverkehr herrscht. Und anscheinend herrschte der hier nicht, der Sachverhalt ist hier etwas dünn. Der BGH hat das gemeingefährliche Mittel hier verneint. Also ihr müsst natürlich in der Klausur etwas argumentieren, aber wenn es auf gemeingefährliche Mittel hinausläuft, dann liegt regelmäßig auch eine Vielzahl von Menschen vor, wenn irgendwie jemand mit dem Auto auf den Kirmesplatz fährt, wo gerade Kirmes herrscht, ja dann kann er die Auswirkungen definitiv nicht mehr beherrschen und das wäre dann ein gemeingefährliches Mittel. Hier, keine Ahnung, wohl ziemlich wenige Leute auf der Straße, deswegen wohl kein gemeingefährliches Mittel. Da fuhr vielleicht ein Auto alle 20 Sekunden lang, sagen wir einfach mal. Deswegen hat der BGH das verneint, aber es liegt ein versuchter Mord wegen des Heimtücke-Mordmerkmals vor. Hier seht ihr auch die Prüfung des versuchten Mordes und hier ist mir wichtig, dass ihr die Mordmerkmale, sowohl die tatbezogenen als auch die täterbezogenen Mordmerkmale, hier beim Tatentschluss prüft. Gut, weil natürlich müsst ihr die tatbezogenen Mordmerkmale hier prüfen, weil der Vorsatz muss sich ja auf diese beziehen, aber auch die täterbezogenen Mordmerkmale sind im Tatentschluss zu prüfen, weil die sind ja was Subjektives. Dementsprechend, alles ist hier im Tatentschluss zu prüfen. Genau, dann hier gibt es noch dieses Klassiker-Problem mit dem Mord und dem Paragraf 28. Die herrschende Lehre sagt, Mord ist eine Qualifikation zum Totschlag. Der BGH sagt, Mord und Totschlag sind zwei verschiedene Delikte. Dazu habe ich aber ein gesondertes Video gemacht und das geht auch über wirklich alle erdenklichen Fälle. Wirklich jeden Fall, den es irgendwie geben kann, der wird da besprochen. Okay, und auch wie man das löst. Perfekt, und hier seht ihr dann die Kontrollfragen 1. Die könnt ihr euch screenshotten oder so, keine Ahnung. Oder ihr könnt das Video anhalten. Hier seht ihr die Kontrollfragen 2. Und dann seht ihr hier die Kontrollfragen 3. Perfekt, dann könnt ihr den Kanal wie immer gerne abonnieren. Ihr könnt ein Like da lassen, das hilft mir und freut mich immer wirklich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann.